In einer halben Stunde landest du im Krankenhaus. Deine Augen werden so geschwollen sein, dass du nicht mehr sehen kannst. Ich werde dir das Nasenbein brechen und beide Arme. Und es wird verdammt wehtun. Du fängst auf einer neuen Schule an. Das ist deine letzte Chance. Hier aus den unteren Klassen wohnt etwas schlichter. Nächstes Jahr bist du dein Besser untergebracht und zum Schluss landest du im Olympia. Du teilst das Zimmer mit Pierre Tanguy. Frischlinge wie du sitzen immer am unteren Tisch Ende. Jeder Tisch hat deinen Chef und deinen Vize-Chef. Sei froh, dass du hier gelandet bist. Hier in Sternberg wird Kameradschaftsgeist großgeschrieben. Du da! Das Becken ist jeden Abend reserviert. Für wen denn? Für die Primana, die Ratsmitglieder und die Schulmannschaft. Also verschwinde jetzt. Unfassbar, dass der weitermachen darf mit diesem verdammten Gewäsch. Was war das gerade? Ich hab mich nur unterhalten. Du weigerst dich? Ja, ich weigere mich. Dann erhöht sich das Strafmaß auf zwei Wochenenden mit Strafarbeit und acht Wochenenden im Arrest wegen aufsässigen und unverschämten Verhalten. Sauberer Arbeit! Ganz tüchtig! Bei uns zu Hause würden die allesamt verprügelt werden, diese feinen Ratsmitglieder. Da dürften die sich nicht so aufführen. Kontakt zum Personal ist untersagt. Fliegt man dafür auch raus? Aber achtkantig. Pass doch auf! Ich will keine Ärger. Deswegen bin ich hier, verstehst du, um Ärger zu vermeiden. Wie fühlt man sich jetzt? Hast du Angst? Vor so einem wie dir hab ich keine Angst. Du! Hör auf! Es gibt nur eine Bezeichnung für jemanden wie dich. Ausgeburt des Bösen. Das ist das allerletzte Mal. Dann nie wieder.